so leute da sind wir wieder bei let's play come on and conquer alarm stufe root 3 letztes mal haben wir die alliierten kampagne fertig gemacht und heute packen wir die reichte aufgehenden sonne kampagne an mit dabei ist wieder der kenji und ja ich würde sagen wir legen einfach mal direkt los mit dem ersten video ja 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 hat. Wir erdulden nicht länger die Demütigung und Korruption der ausländischen Barbaren. Denn während sie sich immer wieder untereinander bekämpften, erwachte unser Land erneut zum Leben und wir erschufen ein neues Reich der aufgehenden Sonne. Commander, Sie sind ausersehen, Bushido wiederzuerwecken, den Weg des Kriegers. Sie werden Mitglied eines neuen Shogunats, das mächtige Anführer aus allen vier Regionen des Kaiserreichs vereint. Zuerst greifen wir Seite an Seite Sowjetrussland an und vernichten nicht bloß ihre Armeen, sondern auch ihre Anführer, ihren Willen und ihrer Hoffnung. Mein Sohn, Kronprinz Tatsu, wird Sie unterstützen bei diesem ehrenvollen Auftrag. Tatsu war auch maßgeblich beteiligt an der Erschaffung unserer neuen Armee. Danke, Vater. Commander, unsere Nanotechnologie ist unerreicht. Ja, aber wir müssen uns bewusst sein, dass Technologie allein unsere Feinde nicht besiegen wird. Wir brauchen auch unsere Tapferkeit, unsere Ehre und unsere Selbstaufopferung. Commander, ich möchte Ihnen unseren obersten Logistikoffizier vorstellen, Frau Suki Toyama. Es ist mir eine Ehre. Die Toyama-Familie hat dem Kaiser seit zehn Generationen gedient. Ja, mein Vater folgt den Wegen unserer Ahnen und es ist viel Weisheit in dem, was er sagt. Aber dies ist ein neues Zeitalter, Commander. Eine neue Welt. Tun Sie Ihr Bestes und führen Sie uns zum Sieg. Kommander, Sie werden ein Dorf angreifen an der Nordküste der Sowjetunion, das vom Volk zutiefst verehrt wird. Allerdings könnte ein Marinestützpunkt in der Nähe des Dorfs unsere Invasion vereiteln. Die Einwohner sind dabei, den Jahreswechsel zu feiern. Sie treffen sie also völlig unvorbereitet. Die Wünsche des Tennus sind, die Zerstörung ihrer Marinewerft, ihren Willen zu brechen und dass sie diesen großen Feiertag in einen Albtraum verwandeln. Das Ziel des Tennus ist das idyllische, russische Dorf. So, Reichtaufgehenden Sonne wollen wir ja auf Mittel spielen, weil die ist mir auf schwer noch ein bisschen zu heftig. Neutralisieren Sie die Küstenverteidigung der Sowjets. Vor allem, weil ich mit dem Reich der aufgehenden Sonne nicht unbedingt so gut spielen kann wie mit den Sowjets oder den Alliierten. Das Wiedererstarken des Reichs beginnt heute auf diesem Schlachtfeld, Commander. Möge das Schicksal immer mit Ihnen sein. Die Sowjets sichern ihre Docks perfekt, mit Tesla-Spulen. Unterbrechen Sie möglichst schnell Ihre Energiezufuhr, bevor sie uns gefährlich werden können. Neues Einsatzziel erhalten. Ich sehe meine Maus nicht, aber da ist es okay. So, wir brauchen einen kleinen Bullfrog. Zahnen. Welcher Seite tust du? Äh, wir können beide auf dieselbe Seite gehen. Wir brauchen einen kleinen Bullfrog. Lass uns eine Einheit für Angehung. Unsere kreiserlichen Krieger können mit ihrer angreifenden Fähigkeit zu feindlicher Infanterie aufschließen. Das ist mein Weg. Diese Panzerkiller sind auf die Zerstörung von Fahrzeugen spezialisiert. Kommander, der Tello gewährt Ihnen in seiner unendlichen Güte für jedes zerstörte Primärziel ein letztes Geschwader. So, es ist nicht nur ein letztes Geschwader, es ist ein letztes Geschwader X. Das ist mein Weg. Sehr wohl. Das ist mein Weg. Hey. Wie kommen wir da überhaupt dran? Ah, ausprobieren. Der Kaiser hat gesprochen. Ich heile. Ja. Na, wenn nicht, muss man da das letzte Geschwader draufballern. Na gut, machen wir's halt. Mit Ehre. Der Bullfrog hat noch eins. Ah. Eine Einheit wird angegriffen. Bestes ist Fahrer X bereit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Alle Küstengeschütze zerstört. Verstärkung ist unterwegs. Das ist mein Weg. Der Kaiser hat gesprochen. Flachtfeld erweitert. Zeit auf der Rumpf. Die Dorfbewohner freuen sich auf die morgige Feier. Doch wenn sie aufwachen, haben sie nur uns vor Augen. Der Tenno wünscht, dass sie ihren Willen brechen. Zerstören sie ihre Monumente. Neues Einsatzziel erhalten. Eine Einheit wird angegriffen. Verweilen. Eilung. So, jetzt habe ich auch ein paar Panzerknacker. Wir regeln das schon. Neues Bonusziel erhalten. Händler Schufe an einem der Monumente geortet. Kniet nieder vor der Macht unseres Reiches. Geht auf die Jagd. Geht auf die Jagd. Näher ran. So. Ich habe einen kaiserlichen Krieger auf Stern. Mit Ehre. Die Ingenieure des Reichs sind unterwegs zur Küste. Das ist mein Weg. Schmelzen wir etwas Metall. Wir warten dort. Und ich werde es erstören. Die Ingenieure sind eingetroffen. Erobern sie mit ihrer Hilfe Gebäude. Wohin wollt ihr? Ich bringe euch da hin. Unsere Ninjas haben das Gebiet bereits infiltriert. Wenn sie sie gefunden haben, helfen sie bei der Vernichtung der feindlichen Infanterie. Noch zwei Monumente. Die sowjetische Architektur ist so plump. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ja. 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 Mit ihren Statuen wird auch ihr Wille wanken. Werft sie um. Sie rennt vor ihren Augen. Jetzt. Ich bin hier. Feindliches Geweide erobern. Monus C erreicht ihr. Ich bringe euch dorthin. Damit konnten die Komunisten nicht nutzen. Reißen wir auf. Habt ihr das gehört? Zeigen sie mir meine Beute. Was war das jetzt hier mit Monus Ziel? Dachte das Zerstören. Leute. Hm. Wir scheinen sie direkt zu haben. Ziel erreicht. Eine Einheit wird angegriffen. Ja. Du hast einen Rekruten rausbekommen. Wir haben ihre Shinobi zu ihrer Unterstützung abgestellt. Mit ihnen rechnen die sowjetischen Tesla Trooper nicht. Tesla Trooper in der Nähe der Brücke geortet. Unsere Shinobi müssten sie ausschalten können, bevor sie zurückschlagen. Shinobi. Habt ihr das gehört? Los. Da haben wir noch ein paar Primärziele. Wir regeln das schon. Ein gutes Ziel. Ja. Ja. Verlieben sie. Nur noch eine Statue. Schlappe. Los. Sie verstecken sich hinter Masken. Woher kommen diese Invasoren? Was sind Sie für ein Kommandant, dass Sie dieses Dorf an Neujahr angreifen? Nein. Ich werde sie erledigen und dann wird erstmal so richtig gefeiert. Schlachtfeld erweitert. Barbaren. Heute ist ein Feuertag. Besonders die Brote kommen nicht an die sowjetische Flotte ran. Zerstören Sie die Tesla Spulen, damit Sie angreifen können. Weit hallo. Neues Einsatzziel erhalten. Unser Verbündeter wird angegriffen. Man muss die Spezialfähigkeit von den Chinobis da, glaube ich, benutzen hier, oder? Eigentlich sollten hier Tesla Spulen stehen. Da vorne stehen die, okay. Jetzt kommen schon meine Genossen und unterstützen mich. Sie hätten sich heute Morgen krank melden sollen. Ach, der Ulek. Zeigen Sie mir meine Beute. Lohn vorwärts. Ah, jetzt kann endlich mal ein bisschen coole Musik vom reich da aufgehenden Sonne. Ich habe sie. Weiter los. Hierher. Weiter los. Nicht schlapp machen. Vorwärts. Nicht schlapp machen. Gutes Ziel. Ja. Gutes Ziel. Ein Problem mit einem sowjetischen Reaktor? Unnötig. Die Knitter wird angegriffen. Weiter los. Los. Hierher. Genobi erwartet Befehle. Ich geräusche. Ich geräusche. Schnell. Einheit verloben. Ich geräusche. Wird erledigt. Für euch. Schmeißen wir etwas Metall. Eilauf. Ich hab sie. Los. Jetzt muss ich wieder eingereicht. Was klagt euch? Ich gehe. Meine Klinge gehört euch. Zeigen Sie mir meine Freunde. Feindliches Gebäude infiltriert. Ja. Das war es einfach mal so. Feindlich. Gutes Ziel. Eine Einheit wird angegriffen. Einsatmachziel erreicht. Schlaf mal. Tesla schwulen offline. Jetzt können die Mini-U-Boote angreifen. In der Stadt herrscht Chaos. Daher wagen unsere U-Boote einen Angriff auf die sowjetische Marine Werft. Eliminieren Sie alles, was sich Ihnen in den Weg stellt. Eine Einheit wird angegriffen. Schön, dass ihr dich meldet. Ich mag die Rechte hinterliegen. Es ist verloren. Du kannst in die Inter-Kletters-Geschwaders-Protokoll unseren Ehrenwerten herbewerfen. Die Brücke und die Marine werfen der Sarriere mit zu zerstören werden. Ruhig. Ich schlau. Ja, seien ihr das? Schnell bevor wir uns sehen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ja, ja. Letzte Kader X bereit. Letzte Kader X bereit. Letzte Kader X bereit. Wir müssen die Geschwader nicht rumspannen. Schnell, das muss ich umsehen. Einsatzstil erreicht. Sehr gute Arbeit, Commander. Unsere Unterwerfung der Welt hat nun begonnen. Ja, erste Mission ist zum Glück sehr einfach. Ja, was ich hours elementsman. Wir müssen auch treffen. SENieur틴, nein. Wir müssen die Niveän über pompieren.